Und los! Und los! Jungs, okay, bleibt so wie ihr seid, wunderbar. Pass auf, ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist also Szenen stopp und gleich geht es sofort weiter mit der Stürmung. Es muss kein direkter Anschluss sein, nur jetzt ein paar Szenen einfangen, wie ihr halt gerade im Begriff des Stürms seid. Ja, einfach noch gleich jeder einen weiterkraxeln nach oben, wenn ich jetzt sage. Okay. So, jetzt warte mal, ich komm mal hoch. Ich komm jetzt mal hoch. Was machst du denn hier? In dem Film. Ja. Ich bin hochgekommen. Ja. Ja. Kleiner für Rad. Hm? Für Rad. Ist aber nett mitgelaufen, ne? Ja, ist doch echt cool. Gucken wir uns das nächste Mal an. Beispiele. Damit. Ch Cem. Czyst du denn hier? 인을 vasf头ぐt? Oder seid? Ist doch sicher? Heinrich mit. Schöne Wirklich. Check bei. Ja. Hey. Jetzt müssen wir ein bisschen Choreografie machen. Soll ich euch sagen, was wir machen? Vollt? Sollt? Ja. Andreas und Carmen, wir kommen von hinten von der Ecke hier längs gerannt. Einfach an mir vorbei. Und Christoph kann vielleicht im Hintergrund also da wo du stehst jetzt noch einen weiter hoch klettern. Währenddessen. Und Stefan, du kannst ja noch einen weiter runter kommen jetzt. Ich kann ja noch einen weiter runter gehen. Und hier kann einer noch hoch klettern. Während Andreas und Carmen hier lang rennen. An dieser Seite. Das so ganz so in die Ecke. Ja. Also dass jemand in dem Bild hier irgendwie jemand immer was macht, rennt oder klettert oder sonst irgendwie was Bestürmendes tritt. Oder mit dem Bein und dem Tier spricht. Ja, es kommt noch ein paar Mal. Aber es ist nicht das letzte Mal. Okay. Äh. Stefan? Ja? Willst du nicht hier hoch klettern? Damit bist du voll im Bild. Neben der Schuttrutsche. Von dem Stock hier so hoch. Während Andreas und links durchs Bild laufen. Warte, warte, warte. Das ist gut. Du hängst dich einfach hier am unteren Rand und tust dann so, als du nur die Strecke halt grad hochkommst. Weißt du? Ja, du komm mal ein bisschen hin. Achtung. Und. Los, Action. Brennen. 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 Alle Zollschlafen. Los. 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 Was ist das so schnell? Also, macht euch ein eigenes Signal. Die Kamera läuft. Wir können vielleicht ein paar Glotzer filmen. Okay. Warte mal, ich dachte, ich habe hier eine Fahne dabei. Gut, das reicht. So. Jetzt, ja? Ja. Ja. Da ist jetzt gerade so ein Lichtreflex, wenn auch von der anderen Seite. Wenn wir mit der Hand ganz nach vorne, wenn du so erstmal scharf anstellen mag, dann muss ich gar nicht. Das Weitwinkel ist echt super. Okay. Okay. Ich muss machen. Schwing dich nochmal kurz. Also, schon ein bisschen wie eben. Okay, dann gehen wir hoch. Ja, das ist ja sowieso nicht euer Ton da drauf. Okay, los. Ihr müsst euch also irgendwie an mich vorbeibewegen hier. Und ruhig in die Kamera gucken, wild entschlossen, nicht ins Gesicht pieken. Wild entschlossen in die Kamera gucken. Ja. Ja, wir stimmen es aus. Aua. Und die Kamera drauf. Entschuldigung. Okay. Los. Ja. Super. Noch ein paar Piratensichter in Großaufnahmen. Gesichter. Wollen wir nicht oben noch die Taten stattdrammen und dabei eine Zigarette rauchen? Ja, mit denen kliessen wir. Voll in die Klebung. Oh ja. Doch. Welcher Balkon reicht noch? Aber hier oben, ne? Nee, muss schon da oben hin, stimmt. Jetzt soll mal gut. Du bist doch in Aktion. Kuh. Machen wir wieder aus. Ja, das kommt. Hier oben. Also ich denke, ich drehe jetzt von... innen, ne? Wie ihr alle reinkommt. Ja, also... Ja, mal. Ja, also jetzt praktisch... Maro, du bist doch eben nicht, äh, noch nicht mit durchs Fenster geklettert, ne? Nee, nee, ich bin hier jetzt. Pass auf, kannst du bei der Szene, die wir jetzt machen, von da, hier, ne, von hier, von da, wo du jetzt stehst, hier hoch. Ja. Ja. Und dann hier, hier irgendwie ins Fenster rein. Geht das? Mhm. Äh, aber jetzt hier, also praktisch da, wo dieses Brett so komisch ist, da musst du mal aufpassen, wie du dich hier am besten dran hast. Ja, rüber, ja. Da kannst du dich natürlich nicht festhalten. Jedenfalls bist du hier im Bild. Also, da kommst du hier rübergeklettert und gehst dann mit den anderen rein ins Zimmer. Ja, kann da so hoch oder kann hier so hoch? Nee, nee, ich seh dich ja erst, wenn du hier, ab hier seh ich dich praktisch. Ach so. Und dann kommst du hier rüber und kletterst mit durchs Fenster. Ja? Yippie yay. Moment, Wilfried, es ist ganz gut, wenn du bist da super. Wenn du noch erst nicht da bist, sondern erst so hochflugst. Wilfried, luk mal. Ja, ja, luk mal hoch, Wilfried. Erstmal nur. Jasmin, duck dich mal hinter Wilfried. Jetzt erst mal nur Wilfried dran. Okay. Oh, Mann. Okay, die anderen. Ja, überwachungsstaat mäßig. Ja, streck mal die Fahne, Stefan. Ja, jetzt gucken wir uns. Ja, jetzt gucken wir uns. Ja, schnell, la. Ja, schnell. Mami, Mami, ich bin im Fernsehen. Ja, jetzt gucken wir uns rein. Okay, jetzt kommt die Fahne. Okay, nein, nein, nein. Okay, nein, nein. Okay, nein, nein, nein. Okay, nein, nein. Jetzt können wir uns rein.